Ich hatte irgendjemanden angeschrieben gerade, der White Smoke heißt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich schreibe mir mal ein Hey zurück, nachdem er ein Heymeer geschrieben hat. Das liebe ich ja auch in der Firma, dann schreiben sie sich an. Hi! Und du stehst da und denkst so, ja und jetzt? Ja. Okay, die nächste, das wir haben, ist Hidden Waters. Hidden Waters, einmal updaten. Wo wir dann Schaumkronen suchen müssen. Keine Ahnung, was wir suchen werden. So, wir starten Hidden Waters. Aber das ist wohl günstiger. Das kostet nämlich, nein, es kostet genauso viel. Ich habe gelogen. Es kostet genauso viel wie alle anderen auch. So, wir starten. So, und dum, 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 dum. Ich werde davon, diese Melodie träume ich heute Nacht. Ich bin mir ganz sicher, dass ich davon träumen werde. Ja, findest du das? Oh, das sieht ein bisschen größer aus. Oh, das sieht ein bisschen größer aus. Hier, mach auch so. Es ist einfach hochkant von dem, was wir sonst... Oh, das ist ein bisschen größer, würde ich sagen. ...in die andere Richtung haben. Naja. So. Oh, das ist dumm, das ist da rechts unten, das sieht man schon mal. Rechts unten? Das da? Jo. Oh Gott. Okay, aber es ist einfach nur auf der falschen Seite. Okay. Ne, ist wahr. Das war das Richtige. Jetzt suchen wir noch so eins. Ganz oben wahrscheinlich war da doch noch so ein... ...pa... plopp. Da ist es. Oh, Herrgott. Wie soll man denn sowas finden? Da. Ach, das ist so viel zu dem Thema. Ist das links in der Ecke eine Katze gewesen? Ne. Okay. Aber ich glaube, das war richtig, was du da hattest. Oh. Klubschi. Davon brauchen wir noch mehr von den Klubschis. Klubschis. Klubschi! Klubschi und die Bubbles. Da ist noch einer. Hier ein Klubschi. Ja, wir brauchen aber noch mehr von den Klubschis. Oh Gott. Hm. Ich sehe keinen Klubschi mehr. Doch da. Klubschi! Und daneben dran ist auch das da. Perfekt. Und noch mehr davon. Ja. Mehr davon. Mehr davon! Look around. Ich fühle mich wie der... ...wie Thor. In der Situation, wo er das Bier bestellt. Den Krug auf den Boden wirft. Mehr davon! Wirft den Krug kaputt und sagt einfach nur mehr davon. Und hatte danach gleich das nächste Bier in der Hand. Echt? Das ist eine andere Szene. Die ist da. Ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Die ist aber auch gut. Warum auch... ...dass auf einmal ein Taucher da war. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Keine Ahnung. Aber für den Taucher hast du einen eher gekriegt. Ja, dafür habe ich für den anderen Taucher, den ich nicht angeklickt habe, weil ich was anderes gesucht habe, ...Fehlermeldung bekommen. Okay, den will ich nicht. Ein Kuh. Aber das sind die Dinger. Die will er aber nicht. Ist das der da? Ne. Der da. Na gut. Sehen ja auch nicht alle gleich aus. Äh, bist du das? Ja. Noch mehr davon. Mehr davon! Noch mehr davon? Noch mehr davon. Hey. Wir brauchen mehr davon. Hey, wir brauchen mehr davon. Mehr Sushi-Rollen. Okay, wir brauchen wieder den. Also kann ich... Jetzt darf ich endlich das anklicken, was ich vorhin anklicken wollte, wo ich mir meinen Fehler geholt habe. Die Mini... Die, die äh... Wasserbomben. Wasserbomben. Die lassen wie Wasserbomben, ja. Treibmine. Jetzt habe ich's. Treibmine. Klingt auch gut. Döp. Dödödödödödö. Das auch einer? Ja. Döp. Wenn wir da unten noch irgendwo einen... Dödödödödödödödödö. Dödödödödödö. Dödödödödödö. Da. Jetzt kommen diese komischen Dinger da. So. Und noch ein Taucher. Höh? Haben wir noch einen? Vermutlich, wenn er uns einsuchen lässt. Äh, ich hoffe es zumindestens. Fällt mir irgendwie von der Wunterspiel irgendwann sagt, jetzt such mal das und das gibt's nicht mehr. Ja, letztes Mal hatten wir ja auch Suche was und dann durften wir's nicht anklicken. Also. Ja. Da ist er. Da ist das andere. Und noch eine Mine. Äh, 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 da. Ein roter Fisch. Roter Fisch. Roter Fisch. Fertig. Obisches Fisch. Wischi, 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 wischi. Tchululu. Wischi, 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 w